Hi, hier sind Kolleginnen der Tarifinitiative bei UniAssist. UniAssist ist ein Dienstleister für 186 deutsche Mitgliedshochschulen und wir sind seit 18 Monaten in der Tarifauseinandersetzung um einen Haustarifvertrag. Mein Name ist Jana Seppelt, ich bin die Verhandlungsführung. Ich bin Tauro. Ich bin Isabel. Ich bin Wendy. Ich bin Nöhn. Ich bin Johanna. Ich bin Janett. Und ich bin Sabrina. Wir haben beschlossen, uns als Gruppe bei der diesjährigen Streikschule im Herbst bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung anzumelden. Diese findet statt vom 24.09. bis zum 13.10. immer dienstags und donnerstags. Es wird online stattfinden, das heißt, jeder kann teilnehmen und es werden global Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter und viele andere Bewegungsaktivistinnen und Aktivisten teilnehmen. Ich habe einmal offline an einer Schulung bei Jane teilgenommen über zwei Tage und habe da schon sehr viel mitnehmen können, mich mit den anderen Kollegen aus anderen Betrieben austauschen können und einige Sachen, die ich gelernt habe, konnten wir jetzt auch schon anwenden. Wir haben das Teammapping, die Methode bereits angewendet, um genau nachzuschauen, wie wir im Betrieb bzw. in der jeweiligen Abteilung aufgestellt sind. Wir haben auch schon mehrere Petitionen durchgeführt, unter anderem für offene Verhandlungen und für die Anwendung des TVÖDs, alle Züchen, alle Abteilungen. Dabei haben wir bis zu 90 Prozent von Unterstützerinnen im Kollegenkreis gefunden. Und wir haben natürlich viel 1 zu 1 Gespräche durchgeführt. Wir haben Raps geschrieben für die Kolleginnen und Kollegen, für die innerbetriebliche Kommunikation und all das lernt ihr in der Online-Streikschule und noch viel, viel mehr, weil hier ganz viele Leute zusammenkommen, die auch ihre Erfahrungen über diese Methoden miteinander teilen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, wenn ihr euch als Gruppe beteiligen wollt, ist es ganz einfach. Zuerst meldet ihr eure Gruppe bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter der eingeblendeten Adresse an. Und dann ist klar, wo wir uns sehen am 24. September beim ersten Online-Zoom. Wir sehen uns dort! Untertitelung des ZDF für funk, 2017